Moin, herzlich willkommen, Markus Hövener hier mit Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast. Ja, Thema heute ist SEA, mal nicht SEO. Es geht um die Ads Innovations Keynote, also was kommt Neues bei Google Ads. Insgesamt neun Themen habe ich mitgebracht und ich habe unseren Head of SEA, den Martin Röttgerding, dazu geholt. Der war ja ja auch schon ein paar Mal, der kennt sich aus. Der hat sich das Ganze angehört, für euch vorsortiert, bewertet das ein bisschen und wir gucken zum Schluss auch nochmal, was passiert denn überhaupt so bei Google Ads, wie ist so die große Tendenz, also diese ganzen kleinen Änderungen in quasi große Trends einsortiert. Das machen wir gleich nach der Musik. Ihr hört Searchcamp, den Online-Marketing-Podcast mit Markus Hövener. Immer das Neueste rund um SEO, SEA und Co. Ja, und da sind wir doch wieder. Ja, das große, ja, mega-Ads-Update quasi. Ja, ich habe unseren Head of SEA, den Martin, bei uns. Stelle ich heute einfach nicht umfangreicher vor. Ihr habt den schon mehrfachs gehört und wer immer sich für das Thema SEO interessiert, kommt an ihm sowieso nicht vorbei. Ja, Martin hat sich die Nacht um die Ohren gehauen in dieser Woche. Konferenz Google Marketing Live und da gab es die Ads Innovation Keynote. Das ist, glaube ich, so das, so als wenn der Papst in Deutschland sprechen würde. Ja, in dem Fall gab es viele Päpste, die in Kalifornien gesprochen haben, aber Google feiert immer einiges ab und das war dieses Jahr schon ein bisschen mehr als sonst. Okay, ja, und wir wollen mal gucken. Wir haben ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und ja, mal schauen, was ist da eigentlich Neues passiert. Also nicht alles, was neu ist, gibt es jetzt auch sofort. Das heißt, wir gucken erst mal, wann kommt das irgendwann und ja, wie relevant ist das Ding. Und ja, zum Schluss gucken wir natürlich nochmal, ja, so wie ist eigentlich die große Richtung. Weil vorab, bevor wir über die Themen reden, ein Game Changer war jetzt nicht dabei, oder? Also es gab jetzt nicht das ganz große Riesending, aber Google macht, ja, schon, ich sag mal, im Bereich Shopping will Google vieles anders machen, was sich allerdings eher für den Nutzer ändert, für uns als Werbetreibende, als Agentur vielleicht jetzt nicht so mega spannend, aber nee, es war jetzt nicht der eine große Game Changer dabei, aber es waren dieses Mal viele wichtige Neuerungen. Anders als in den letzten Jahren, wo es viel auch, ja, so ein bisschen vor sich hin plätscherte und man ein bisschen das Gefühl hatte, sie füllen auch vielleicht einfach ein bisschen Zeit, war es dieses Mal doch recht gewichtig. Gut, okay. Ja, wir haben uns ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Stichpunkt 1 wäre Discovery Ads. Worum geht es dabei? Jo, also bei Discovery Ads geht es um das sogenannte Feed-basierte Advertising. Da geht es darum, dass Anzeigen im Google Discover Feed auftauchen, bei YouTube im Feed auf der Startseite und im Gmail Promotions Tab. Also es geht darum, dass jemand durch irgendwo irgendwas durchscrollt und da Anzeigen zu sehen bekommt. Da ist jetzt noch nicht ganz klar, wie die Dinger funktionieren werden. Es gab ein paar Beispiele, wie die aussehen können. Das wird wieder so laufen, dass man als Werbetreibender so ein paar Elemente vorgibt, also Text, Bild, mehrere Bilder. Google passt sich das so an, dass es eben gerade gut dahin passt, wo auch immer es gezeigt wird. Spannend wird, wie das Ganze ausgerichtet wird. Also ob man jetzt sagt, ich will das bei einer bestimmten Zielgruppe zeigen, vielleicht demografisch irgendwie interessensgeleitet. Keywords gibt es ja nicht, Leute scrollen durch einen Feed, also muss man es an irgendwas aufhängen. Da finde ich auch spannend, ob das jetzt nur so für den Mainstream ist. Also wenn ich Schuhe verkaufe, kann ich das machen. Wenn ich irgendeine B2B-Lösung habe, habe ich ein Problem, weil die Zielgruppe zu klein ist. Das wird sich dann zeigen müssen. Okay. Neuerung Nummer 2, die Gallery-Ads, die man durchwischen kann. Fand ich ganz lustig. Ja genau, also Gallery-Ads ist das erste Mal, dass jetzt wirklich auch eine Bilderanzeige bei Google zu sehen sein soll. Da geht es darum, dass man ein Bild zeigt in der Anzeige und da kann man dann durchwischen, dass man vier bis acht Bilder sehen kann in der Anzeige. Wenn man drauf klickt oder drauf tappt, dann öffnet sich das und man sieht die Bilder untereinander. Wenn man da nochmal drauf tappt, dann kommt man auf die Seite des Werbetreibenden. Das Ganze klang so von der Wortwahl, von wegen tappen statt klicken, dass es wahrscheinlich nur ein mobiles Format ist, vielleicht auch bei Tablets. Ich weiß es nicht. Wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber klang so. Es wird das wohl auch nur geben für den allerersten Platz. Also man wird jetzt nicht drei solcher Anzeigen untereinander haben. Aber ja, wird ein gewichtiges Ding werden, was vielleicht seltener angezeigt wird, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Seos das so finden. Die Seos, zumindest was ich heute Morgen gelesen habe, war mal überhaupt nicht begeistert, weil quasi alles, was du halt machst, verschiebt die organischen Sachen natürlich weiter nach unten. Ja, die Seos, wie gesagt. Wobei, ich meine, man ist da ja relativ fatalistisch geworden mit der Zeit. Google macht das sowieso und kann sich da eh nicht gegen wehren, passt also. Genau, man kann sich eh nicht dagegen wehren, wobei auch unklar ist, wie jetzt so die Auswirkungen sein werden. Also es kann durchaus sein, dass Google da die erste Anzeige mit Bildern dann zeigt, aber dafür keine zweite Anzeige mehr, also dass das sich auch wieder ausgleicht, das weiß man halt nicht. Na gut. Thema Nummer drei, Mobile Apps. Da kann man jetzt rein deep linken. Ja, bei Mobile Apps oder vielleicht noch kurz zu den anderen Sachen. Die beiden neuen Anzeigenformate sollen beide noch in diesem Jahr kommen. Bei Deep Links für Mobile Apps, die soll es jetzt schon geben, wobei das ein bisschen unklar ist. Da geht es darum, dass ich auf eine Zielseite verlinke, der Nutzer aber auch in der App landen kann, wenn er meine App hat. Also wenn ich beispielsweise Booking.com bin und ich habe hier, der Nutzer hat meine App installiert, der klickt auf meine Anzeige, dann landet der auf der richtigen Seite in der App. Klang erst mal relativ kompliziert, ist es aber wohl nicht, zumindest nicht für uns als Werbetreibende, denn das Ganze passiert halt in der App. Das heißt, ich muss jetzt nicht für jede Anzeige noch eine Deep Link URL irgendwo hinterlegen, sondern die App muss quasi wissen, ich bin zuständig für diese URL auf der Website. Und wenn jemand das installiert hat, dann soll das halt automatisch kommen. Okay, cool. Also eigentlich das, was App-Indexing bei den SEOs immer schon war. Nummer 4, Smart Bidding. Da hat sich auch noch was getan oder wird sich was tun vielmehr, ne? Ja, also Smart Bidding fand ich, das ist jetzt kein neues Anzeigenformat oder so, aber es geht einfach darum, um die Aussteuerung von Anzeigen. Und das fand ich ganz cool, also dass Google da tatsächlich so einiges vorgestellt hat. Das Erste war, dass sie eine neue Gebotsstrategie, eine angeblich brandneue Gebotsstrategie angekündigt haben. Da geht es darum, dass man ein festes Budget hat und aus diesem Budget das Maximum an Wert, an Umsatz rausholt. Es ist streng genommen nicht ganz neu, weil es das für Smart Shopping Kampagnen schon lange gibt. Aber ich denke, es wird einfach für alle anderen Kampagnen dann auch verfügbar sein. Ist so vom Gedanken, glaube ich, sehr gut, dass es so eine Strategie geben soll, weil ja doch der ein oder andere ein festes Budget hat und dann natürlich das Maximum rausholen will. Also passt sich genau dem an, was man dann auch machen will. Wobei wir eigentlich sagen, du solltest das Budget offen haben und so aussteuern, dass du den Gewinn maximierst beziehungsweise gewisse Ziele einhältst. Dann gab es was, ich habe es kampagnenbezogene Conversion-Aktionen genannt. Da geht es darum, dass man verschiedene Conversion-Aktionen hat, wie beispielsweise einen Kauf, einen Newsletter-Abo, eine Anfrage und so weiter. Kann ja sein, dass ein Werbetreibender nicht nur eine Sache checkt, sondern mehrere. Und bislang konnte ich nur auf Kontoebene sagen, okay, die Sachen track ich und von den getrackten Sachen sind mir die und die wichtig. Also wenn ich jetzt Leads haben will, ich kann aber auch einen Newsletter abonnieren, dann kann ich das beides tracken. Ich sage aber hinterher bei der Aussteuerung, ich optimiere nur auf Anfragen, weil die bringen mir das tatsächliche Geld. Jetzt kann ich das auf Kontoebene weiterhin festlegen. Ich kann es aber auch pro Kampagne festlegen. Also ich könnte sagen, diese Kampagne ist nur dazu da, mir Newsletter-Abonnenten reinzuholen. Ist also ein eher spezielles Ding, aber je nachdem, was man so macht, wenn es zum Beispiel auch wieder um Budgets geht, man hat ein gesondertes Budget nur für diese eine Sache, kann das sinnvoll sein. Dann gab es Conversion-Value-Rules. Da geht es darum, dass man irgendwie einen Umsatz oder so trackt. Aber je nachdem, nach verschiedenen Faktoren, kann man das noch irgendwie modifizieren. Also man könnte sagen, ich habe hier 100 Euro Umsatz gemacht, aber diese 100 Euro kommen von einem Neukunden. Und der Neukunde ist mir mehr wert, also nehme ich das mal zwei. Das wäre so ein Ansatz. Bisher musste man diese ganze Logik quasi irgendwie selber regeln. Also ich musste beim Conversion-Tracking sagen, okay, dann übertrage ich halt den doppelten Wert. Das soll jetzt irgendwie in Google möglich werden. Ich nehme an, es wird auf Sachen basieren wie Zielgruppen, auf Geräten, vielleicht auch auf dem Ort, auf der Location, wenn ich halt irgendwo in der Nähe bin. Ich weiß es nicht genau, was es da für Regeln geben soll. Es klang aber sehr spannend. Ich würde vermuten, dass Google sich damit noch ein bisschen Zeit lässt. Ja, fände ich aber cool. Und das letzte, Seasonality Adjustments. Da geht es darum, dass ich sage, hier kommt was. Liebes Bitmanagement, ich habe demnächst eine Aktion. Du kannst dich darauf einstellen, dass im Zeitraum von dann bis dann meine Conversion-Rate, weiß ich nicht, sich verdoppelt. Es klang so, als müsste man das schon relativ explizit angeben. Dann kann sich das System darauf einstellen. Und es kann auch hinterher sagen, okay, da war was. Das ist ein atypischer Zeitraum. Den berücksichtige ich jetzt nicht für später. Klang sehr spannend. Ist eine Funktion, die andere Bitmanagement-Systeme von Drittanbietern schon sehr, sehr lange haben. Da zieht Google jetzt nach. Ich hoffe, das kommt bald. Es ist eigentlich lange überfällig. Also Black Friday, Weihnachten, Ostern kann ich jetzt abbilden quasi. Genau. Okay. Jo, nicht unpraktisch. Müssen wir dazu noch was sagen oder gehen wir zum nächsten? Nö, also ich denke, dass die Sache mit den Kampagnen-bezogenen Dingen steht auch schon bei uns im Blog. Die haben wir schon gefunden. Die anderen Sachen, also maximale Conversion-Value aus dem Budget rausholen, Seasonality-Adjustment und Conversion-Value-Rules ist unklar, wann die kommen. Ich denke, na ja, steht bei uns im Blog, weiß ich jetzt nicht genau. Entweder später dieses Jahr oder, na ja, irgendwann. Ja, dann Punkt 5, die Bumper-Maschinen. Da geht es um Bumper-Ads für YouTube. Jo, eigentlich eine sehr coole Sache. Da geht es, ja, Bumper-Ads sind ja diese 6 Sekünder. Aber nicht jeder hat die. Aber so mancher hat längere Videos, die auch durchaus werblich sind oder die durchaus geeignet wären. Und die Bumper-Maschine, die soll sich ein Video nehmen, das bis zu 90 Sekunden lang ist, das irgendwie verarbeiten und mir dann Vorschläge für 6 Sekunden lange Videos machen. Es gibt dann 3 bis 4 Vorschläge, so wurde es kommuniziert. Die kann ich mir angucken. Die kann ich dann auch noch ein bisschen anpassen. Das war so die, die Rede war von Light-Editing-Features. Also man kann nicht die großen Sachen damit machen, aber vielleicht noch hier oder da ein bisschen zurechtschneiden. Ich glaube total, dass das möglich ist. Mein Handy guckt sich immer meine Fotos und Videos an von familiären Dingen und hat beispielsweise unser 4-Minuten-Ostereier-Such-Video auf 30 Sekunden zusammengeschnitten, die man sich sehr gut angucken kann, wie man so durch den Garten läuft, mit Musik hinterlegt. Von daher, die Technologie ist längst da. Ich weiß gar nicht, worauf Google da noch warten will. Was offen ist, ist, ob man diese Sachen am Ende tatsächlich als Bumper-Ad nehmen soll. So wie Google das hier vorgestellt hatte, kann man das auch einfach als Inspiration nehmen, so nach dem Motto, guck mal, was möglich ist und jetzt setzt euch mal hin und mach das Ding ordentlich. Okay, gut. Also wahrscheinlich wird es nach wie vor besser sein, sich selber ein Video zu schneiden, aber ey. Ich wette, es wird genug Leute geben, die das trotzdem nutzen. Bin ich mir absolut sicher. Genau, wir sind schon quasi bei YouTube. Deswegen Neuerung Nummer 6 sind die Custom Audiences für YouTube. Ja, Custom Audiences, das kam ein bisschen komisch rüber. Da hieß es nämlich, na ja, es gab früher die, oder bisher die Custom Affinity Audiences und die Custom Intent Audiences. Und ja, das ist für euch alles so kompliziert. Und deshalb, wir von Google haben uns überlegt, wir machen das jetzt einfach. Bei sowas schrillen eigentlich alle Alarmglocken. Immer wenn Google irgendwas vereinfacht, heißt das, es fallen Features weg. Das wird auch sicher so sein. Das Gute hierbei ist, dass man diese, ja, dann diese Custom Audiences, so heißen sie dann einfach, nicht nur bei YouTube nutzen kann, sondern auch für, ja, für ganz normale Display-Anzeigen, für Gmail und Discover. Früher war das so, dass diese ganzen YouTube-Sachen eher nur bei YouTube dann galten. Das heißt, ich habe mir irgendwo meine Custom Audiences angelegt fürs Display-Netzwerk und woanders eine für YouTube. Schön, wenn ich das jetzt in einem machen kann. Von daher finde ich es eigentlich, ja, eine schöne Sache. Da gab es noch ein interessantes weiteres Feature, das hieß Audience Expansion für diese Custom Audiences. Das war ganz pfiffig gemacht, dass da, man hat seine Zielgruppe zusammengestellt und dann gibt es so einen Schieberegler und dann kann ich sagen, okay, ich lockere jetzt die Kriterien und dadurch wird meine Zielgruppe größer. Was da jetzt im Detail passiert, ist natürlich wunderbar hinter diesem Schieberegler verborgen. Ich sehe also nicht, was ich da tue. Ich sehe nur, meine Zielgruppe wird größer und kann dann hoffen, dass es funktioniert. Ich habe natürlich auch keine Chance, hinterher auszuwerten. Das war meine Kernzielgruppe und das ist die erweiterte. Ist aber sicher ein Feature, das der eine oder andere nutzen wird und wahrscheinlich werden sich Sachen einschleichen, wie man rechnet immer noch 20 Prozent drauf oder so, weil man den Schieberegler ja so einfach schieben kann. Okay, Google Shopping, dein Lieblingsthema? Ja, bei Google Shopping muss ich sagen, da hat sich wahnsinnig viel getan. Unterbrech mich, wenn ich zu lange rede. Bei Google Shopping will Google das ganze Ding total ausbauen, personalisieren, dass ich, ja, ich gehe als Nutzer da rein, kriege direkt meine Vorschläge basierend auf dem, was ich früher mal gesucht habe, was ich vielleicht auch irgendwo mal gekauft habe, was Google so mitbekommen hat. Ja, zeigt mir Google erstmal schon mal irgendwelche Produkte an. Und ich soll da mich, ja, zum Shoppen total gut bewegen können. Ich soll da meine Produkte finden. Ich kann die Produkte mir angucken. Ich kann Details dazu einsehen. Ich kann Reviews, also Erfahrungsberichte lesen. Ich kann Videos dazu gucken, zum Beispiel so, ja, Unboxing. Jemand hat das Ding schon mal ausgepackt und hat ein Video dazu gedreht. Ich weiß nicht, wie Google das alles zusammenführen will. Es wird wahrscheinlich super beim neuen iPhone klappen. Es wird wahrscheinlich nicht so toll klappen bei, weiß ich nicht, Steckdose 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist so ein bisschen der totale Ausbau von Google Shopping. Kaufen direkt bei Google soll ausgebaut werden. Das gibt es in den USA unter dem Namen Shopping Actions schon länger. War mir gar nicht klar, aber es gibt es auch in Frankreich schon. Wurde da eingeführt. In Deutschland noch absolut kein Thema. Aber ja, ich kann bei Google direkt kaufen. Das Ganze wird dann natürlich über einen Händler abgewickelt. Aber ich habe meine Zahlungsdetails bei Google. Ich habe meine Adresse da hinterlegt. Das Ganze geht also quasi reibungslos. Die Conversion-Rate wird, denke ich mal, recht gut sein. Das will Google ausbauen. Und Google will das auch so weit ausbauen, dass ich von überall aus einkaufen kann. Und von überall heißt, nicht nur aus Google Shopping raus, sondern auch aus der Google Suche, wie auch immer das aussehen wird. Sogar von YouTube. Also ich nehme an, wenn irgendwie erkannt wird, in dem Video geht es um dieses Produkt, kann ich das direkt kaufen. So wie das ausgedrückt wurde, kann ich das Ding kaufen, während das Video noch läuft. So simpel soll das sein. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich ja eh alles bei Google hinterlegt habe. Muss ich nur noch sagen, ja, schick mir das zu. Ja, was gab es noch? Showcase Shopping Ads sollen ausgebaut werden. Shopping, ja, das ist so ein eher visuelles Format, wo ich Produkte zeigen kann. Das gab es bisher in der Google Suche und auf Suchpartnern. Das wird jetzt ausgebaut, soll auch in der Bildersuche zu sehen sein bei YouTube und bei Google Discover. Und letzte Shopping-Neuerung, es soll Shopping-Kampagnen mit Partnern geben. Mit Partner heißt in dem Fall mit Hersteller Unterstützung. Das heißt, ich habe als Händler meine Produkte. Ich habe aber auch einen Hersteller dabei, einen Markenhersteller, der sagt, okay, ich möchte meine Produkte stärker pushen und ich gebe dir einen Zuschuss. Bisher musste ich diesen Deal quasi so machen, der musste mir was überweisen. Das kann ich jetzt in Google so zum Teil regeln. Wie es genau aussehen wird, weiß ich nicht. Aber es wird so laufen, dass der Markenhersteller sagen kann, ich habe ein Budget, das gebe ich jemandem und das gilt für diese und welche Produkte. Das heißt, ich kann sagen, hier sind meine Topseller oder hier ist eine Kategorie von Produkten. Nur dafür gebe ich Budget dazu und das kommt dann quasi beim Werbetreibenden an. Das ist also eigentlich eine coole Sache. Ja, da haben wir ja auch schon ein paar Kundenkonstellationen, wo das passiert ist. Genau, ist mal mehr oder mal weniger umständlich. Jetzt sollte es einfacher werden und ich denke, da wird Google sich ja auch noch das ein oder andere zusätzliche Budget rausholen. Ja, spannend. Ja, Thema Nummer 8 wäre lokale Kampagnen. Richtig, lokale Kampagnen. Da geht es darum vor allem, dass ich irgendwo Leute in meinen Laden hole. Die wurden vor einem Jahr schon angekündigt. Jetzt ging es darum, was man damit noch mehr machen kann. Habe ich erst mal gestutzt. Eins der neuen Features ist, dass es jetzt auch endlich global verfügbar ist. Also, hä, so ein bisschen, ja, schön, dass ihr das auch mal sagt. Habe ich auch tatsächlich schon bei uns in den Konten gefunden. Ähm, ja, neu ist, dass, ähm, die Promoted Pins ausgebaut werden. Promoted Pins, das heißt, ich habe auf Google Maps, ähm, neben den Sachen, die ich mir gesucht habe, noch so, ich glaube, blau oder lila Pins zu sehen. Ähm, von beworbenen Locations, also von irgendwelchen Geschäften. Ähm, das gibt es schon länger nur, ähm, ja, wenn ich auf Google Maps mir irgendwas angucke. In Zukunft habe ich das auch, wenn ich irgendwo hinfahre und eine Route mir angucke oder schon navigiere. Dass mir Google Geschäfte anzeigt, die in der Nähe des Weges liegen, damit ich einen kleinen Umweg mache oder mal noch kurz halte und da reinspringe. Kann ich verstehen, dass das, ähm, eine interessante Sache ist. Wie ich das aus Nutzersicht finde, weiß ich jetzt nicht. Gerade, ähm, ja, im Auto interessiert mich sowas nicht. Da möchte ich es eigentlich, möchte ich eigentlich keine Ablenkung haben, aber, ja, mal gucken. Ähm, ansonsten soll es möglich werden, Sortimente zu durchstöbern. Das heißt, ich habe ein Geschäft, sehe mir das auf Google Maps an und kann dann schon gucken, was haben die eigentlich so im Sortiment. Das wird wohl stark mit den Local Inventory Ads zusammenhängen. Also bei Google Shopping, wo ich mein lokales Inventar hochlade. Ich habe meine Shoppinganzeigen, habe da meine Produktdaten her und dann sage ich, okay, in der, in dem Ladenlokal habe ich auch diese und jene Produkte. Ja, ich denke, das wird dann nur noch ein Haken sein, den man irgendwo setzen, äh, wird von wegen, ja, ich ermögliche das Stöbern hier. Der initiale Aufwand ist halt vor allem, diese ganzen Daten bereitzustellen. Den hat man wahrscheinlich schon für diese Local Inventory Ads gemacht. Ansonsten ist es wirklich eine Hürde. Mhm, okay. Und dann haben wir noch Thema Nummer neun. Nee, jetzt nicht für jeden relevant. Also, auf der Consumer-Seite vielleicht schon, aber anbietend, das neue Reiseportal. Genau, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie so der Name davon ist. Google Travel, Google Trips, ähm, ja. Auf jeden Fall gibt es das auf google.com slash travel. Am schönes Portal, da sind alle Dienste zusammengeführt von, ähm, von Flügen, Hotels, ähm, Sehenswürdigkeiten, überhaupt so Sachen zu erkunden, Infos zu, zu Städten, zu Reisezielen. Ich kann da meine Reise planen, das heißt, einen Zeitraum, ähm, ja, quasi kalenderartig alles anlegen, da alles zusammenführen. Da will Google halt wirklich das, das große Ding machen, dass man alles da drüber macht. Das geht so weit als Beispiel, dass, ähm, ja, der Vortragende meinte, hier hat meine Frau noch ein Restaurant gebucht für, wenn wir im Urlaub sind. Und Google hat in Gmail erkannt, per Machine Learning, ähm, dass da eine Reservierungsbestätigung gekommen ist und hat das direkt in den Kalender eingetragen. Also soll wirklich alles zusammenführen. Für Werbetreibende jetzt keine Neuerung an sich. Für Werbetreibende, sagt Google, ist das Tolle, dass es eben mehr Leads gibt, mehr Anfragen, mehr Reisen und Flüge und was weiß ich, was man alles verkaufen kann. Und, dass die besser qualifiziert sind. Das sagt Google, kann ich mir vorstellen, dass das stimmt, ähm, gibt jetzt aber keine neuen Werbeformate oder irgendwas, was in diese Richtung angekündigt wurde. Okay. Ja, lass uns das Ganze, lass mal einen Strich drunter machen. Äh, mein Eindruck ist vor allem, ähm, das, was Google an Inventory hat, soll erstmal besser verkauft werden. Also gerade Google Discover zum Beispiel, ähm, Bildersuche wird eh jetzt monetarisiert, aber im Prinzip hat Google immer noch genug Flächen. Ist das so ein so ein Ding, was da rauskommt? Ja, also, hast du schön gesagt, das Inventar, ähm, besser nutzen. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass Google überall Werbung hinklatscht. Ich glaube, naja, Google hat das in der Vergangenheit irgendwie gut hinbekommen, dass es sich für den Konsumenten nicht so anfühlt. Gerade wenn Google sagt, ich kann jetzt von überall Produkte kaufen, gerade aus Videos heraus, dann muss ich sagen, klingt das schon irgendwie recht aufdringlich. Aber, naja, Google hat es irgendwie hinbekommen, hat ja auch, naja, über Jahre geschafft, die Suche immer weiter zu monetarisieren, immer das nächste Anzeigenformat da reinzubringen. Von daher, ja, das kann, kann sein, dass das, oder wird wohl so weitergehen, wie sehr die Flächen monetarisiert werden, weiß ich nicht. Ich glaube, so ein Discover-Feed, wenn ich den durchgucke und der ist voller Werbung, dann gucke ich ihn halt nicht mehr durch. Da wird Google das richtige Maß finden müssen. Aber klar, wenn sie es schaffen, gute, relevante Werbung da reinzubringen, die von vielen Leuten genutzt wird, also wirklich angeklickt wird und als hilfreich empfunden wird, dann weiß ich nicht, ob es da noch ein Halten gibt. Und vielleicht ja auch so, wenn man sich zumindest die Neuerungen anguckt, im Bereich der suchbasierten Werbung ist eigentlich fast nichts passiert, außer halt Gebotstrategien und so. Es geht schon eher um Kontext, also irgendwo ist jemand und der ist vielleicht in irgendeiner Stimmung oder hat bei Google Discover sich geoutet, dass ihn ganz bestimmte Themen interessieren aufgrund seines Leseverhaltens und jetzt biete ich ihm auch noch Werbung an. Ja, irgendwo schon. Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass Google die Suche quasi schon so gut monetarisiert hat und dass der Rest halt noch so brach liegt. Und klar, es geht ja auch dahin, na gut, es ist jetzt mehr Werbung für Google, die halt von sich sagen, wir wollen halt die Intention rauskriegen, bevor jemand danach sucht oder wir wollen immer besser werden zu antizipieren und jemandem irgendwas gerade im Discover Feed anzubieten, was er jetzt noch nicht gesucht hat, aber was er vielleicht als nächstes suchen würde oder was er zumindest braucht. Das klingt erstmal alles sowieso total gut. Mein Eindruck ist, dass das in der Praxis überhaupt nicht funktioniert. Wenn es um Antizipieren geht, da geht es um irgendwelche Standardfälle, die dann gut laufen. Aber ja, also es geht darum, nicht mehr die Suche weiter zu pushen. Da ist alles mehr oder weniger abgegrast. Da gibt es dann Detailverbesserungen wie, naja, gerade so diese ganzen Smart Bidding-Geschichten, die sind schon sehr spannend, finde ich. Aber klar, die neuen Anzeigenformate, die neuen Shopping-Sachen, die gibt es dann halt an anderen Stellen. Wobei auch für Werbetreibende schön ist, dass sie nicht immer das Rad auch noch neu erfinden müssen. Also wenn Google jetzt sagt, man kann, Shopping-Anzeigen werden überall gezeigt, Sachen werden ausgebaut, ist erstmal schön, muss ich nichts machen. Vielleicht mehr Budget bereitstellen, aber ich habe nicht mehr Arbeit damit. Ich habe einfach mehr Fläche, auf die das Ganze geht, wird irgendwo von Google ausgesteuert, aber ich habe nicht mehr Arbeit. Das ist erstmal nett. Haben wir noch was vergessen, so als Eindruck? Also mein Eindruck war, dass auf jeden Fall viele größere Sachen dieses Jahr dabei waren, die auch mehr praktische Relevanz haben. So alleine die Sachen mit den Smart Bidding-Geschichten, die sind irgendwo was Spezielles. Sind auch nicht so sexy wie ein neues Anzeigenformat, aber ja, das macht schon einen Unterschied. Es war nicht so viel Blablabla. Ich hatte zuerst den Eindruck, Google hat nicht so viel Machine Learning erwähnt. Ich glaube, sie haben es dieses Jahr einfach besser untergebracht. Die Show war gefühlt ein bisschen runder. Ja, aber so der große Eindruck ist, Google monetarisiert, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, ob jetzt alle, die es noch nicht gemacht haben, Google-Aktien kaufen müssen. Da gibt es ja eh immer eine große Erwartungshaltung. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber es tut sich was. Da sagen die Analysten ja später eh immer, das haben wir längst eingepreist. Genau. Ja, dann lassen wir das Ganze zum Schluss bringen. Was ich euch noch in die Shownotes reinpacken werde, ist erstmal noch, Martin hat in der Nacht nach der Keynote hat er noch einen langen Blogpost geschrieben, wo die ganzen News immer drin sind, zum Teil mit Screenshots. Da könnt ihr quasi nochmal alles nachlesen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr den Martin jetzt so charmant fandet und am Thema SEA so dran seid, würde ich euch noch sein Seminar ans Herz legen. Und zwar am 12. Juni gibt es noch ein Google-Ads-Update. Das heißt, Martin und sein Team gucken sich quasi alles an, was im letzten halben Jahr und noch ein bisschen darüber hinaus so passiert ist. Weil es tut sich immer wahnsinnig viel, aber nicht alles davon ist relevant. Und wir das in einem schönen Online-Seminar für euch da draußen aufbereiten. Das könnt ihr auf omcampus.de buchen. Den Link dafür packe ich euch natürlich in die Shownotes. Ansonsten nochmal 12. Juni, 14 Uhr seid ihr dabei. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wie gesagt, davon profitieren wollt, dass sich hier Frau Martin und sein ganzes Team den ganzen Tag den Krempel angucken und das alles auch für euch bewerten und aussortieren. Krempel klang jetzt so negativ, sorry. Nee, geht nicht. Müssen wir nochmal aufnehmen. Okay, also alles gestrichen, wir fangen nochmal neu an. Nee, also das so zum Werbeblog. Link packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuhören. Die halbe Stunde haben wir perfekt voll gekriegt. Ich hoffe, euch ist nicht langweilig geworden. Schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao. Yes, das ist nicht langweilig geworden. Ja, das ist nicht langweilig geworden. Das ist nicht langweilig geworden. Also, ich hoffe, euch ist nicht langweilig geworden. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020